Es sind zwei Sonderfehlern, drei Vorbeigerungen und eine Kampusfehler. Ander starten, Start Nummer 1, Leder und Unterricht für euch, und mal der Dino-Levon, vorbereiten, Start Nummer 2, Daniel Kessling, mit Jamie von TKV. Ich wollte nichts spielen. 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 Start Nummer 1, Lisa Brunner mit Joy von HFR Wien Umgebung, mit einer Laufzeit von 41,60 mit einem fehlerfreien Lauf. An den Start, die Nummer 2.